Lass uns ehrlich sein, das Konstrukt Gesundheit ist etwas verdammt abstraktes. Ja, irgendwie unsexy. Es ist klar, dass es nicht wirklich motivierend ist, wenn man sagt, man will gesünder werden. Für den einen vielleicht schon, für die meisten aber nicht. Doch dass diese Thematik für jeden von Bedeutung ist, sollte klar sein. Oder etwa nicht? Deshalb widme ich mich in dieser Episode der Frage, was Gesundheit überhaupt ist und in welcher Hinsicht das alles für dich eine Rolle spielt. Simon McSchubert Podcast Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich im Gespräch mit Experten, interessanten Persönlichkeiten, über deren Ansätze und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Ne, warte. Ich glaube, ich brauche ein neues Intro. Und ich dachte, ich mache es heute mal ein bisschen anders. Heute muss dir meine Stimme reichen. Denn die ganzen Gespräche mit den ganzen Leuten sind verdammt wunderbar. Doch manchmal ist es irgendwie besser, wenn einfach nur einer, also ich, etwas erklärt. Und von daher will ich zukünftig öfters Episoden machen, die nicht einfach nur meine Meinung zu den verschiedensten Themen zu Gesundheit, Wellness und Fitness geben. Heute will ich erklären, was ich damit meine, wenn ich von Gesundheit spreche. Ich will, dass du unter Umständen eine andere Perspektive dafür bekommst, was Gesundheit überhaupt ist. Und vielleicht ändert sich auch deine Einstellung dazu, welche Bedeutung das Thema Gesundheit für dich persönlich hat. Und Arthur Schopenhauer, ein deutscher Philosoph, soll gesagt haben, Gesundheit ist gewiss nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und da ist sicherlich eine ganze Menge dran. Und es macht mich einfach immer wieder traurig zu sehen, welchen Raubbau einige am eigenen Körper ausüben. Zu wenig Schlaf, keine Entspannung, schlechte Ernährungsgewohnheiten, keine Bewegung, ständige Anspannung und so weiter. Und es ist einfach verführisch zu denken, man kommt damit einfach schon so davon. Aber es ist eine Frage der Zeit. Der Körper ist zwar extrem robust, aber es ist keine Maschine mit Garantie, bei der wir dann irgendwann irgendwelche Teile austauschen können. So, abgenutzt, nächster Körper bitte. So funktioniert es nicht. Und nur weil du dann abends irgendwie erschöpft ins Bett fällst und durchschlafen kannst, heißt es nicht, dass der Körper sich auch wirklich erholt. Nur weil du momentan keine Schmerzen hast, heißt es nicht, dass alles in Ordnung ist. Ich will auch niemanden verurteilen. Absolut nicht. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Und ich kann es sehr gut verstehen. Man hört einfach tausend verschiedene Meinungen zu dem Thema. Am besten sollte man den ganzen Tag irgendwie damit verbringen, selber zu kochen, damit man sich gesund ernährt, immer zu meditieren, gar keinen Stress haben, an seiner Beweglichkeit arbeiten, immer gut zu schlafen und so weiter. Und das alles zu tun irgendwie nur für die Idee, damit es uns gut geht, damit wir so später unter Umständen wahrscheinlich später irgendwann nicht an einer Krankheit erkranken, wir müssen alle sterben, oder? Ja klar. Aber darum geht es gar nicht. Wie willst du anderen Menschen helfen, wenn es dir selber schlecht geht? Bevor du die Welt rettest, musst du erstmal dich selbst retten. Das ist extrem wichtig. Wie soll der Umgang mit anderen funktionieren, wenn du ständig unausgeglichen bist, Kopfschmerzen hast, gereizt bist, du erschöpft bist, dir es einfach nicht gut geht? Das kann nicht funktionieren. Man muss einfach erstmal bei sich selbst anfangen, bei der eigenen Gesundheit. Aber gut, was ist jetzt nun überhaupt Gesundheit? Einfach nur das Fernbleiben von Krankheiten? Ich habe keine Krankheit, also bin ich gesund? Diese Sichtweise ist irgendwie ein bisschen negativ, ja pathologisch sogar. Das Ganze ist dann ganz klar doch irgendwie ein bisschen komplexer. Schauen wir uns mal eine Definition der Gewaltgesundheitsorganisation der WHO an. Und die sagt, Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht alleine das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Ist also ganz klar nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Es geht um mehr. Und zwar im Vollbefinden auf körperlicher, geistlicher und sozialer Ebene. Man kann gleich dazu nicht nochmal eine andere Definition der WHO angucken. Und demnach ist Gesundheit ein positiver, funktioneller Gesamtzustand im Sinne eines dynamischen, bio-psychologischen Gleichgewichtszustands, der erhalten und immer wieder hergestellt werden muss. Gesundheit ist also erstmal nichts Starres, sondern ein sich ständig verändernder Gleichgewichtszustand. Außerdem ist sie nicht selbst zu halten, sondern wir müssen immer aktiv etwas dafür tun. Und zwar immer wieder. Ich finde es vor allem interessant, dass die WHO von Wohlbefinden an dieser Stelle spricht. Es geht also um ein subjektives Empfinden. Oder wer soll dir sonst sagen, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Und der eine denkt jetzt vielleicht, positiver Gesamtzustand und irgendwas mit dynamischem Gleichgewichtszustand. Ich dachte, ich muss einfach nur Obst und Gemüse essen. Haltet einfach kurz durch. Eigentlich ist das Ganze ganz einfach. Es hilft aber, wenn man sich einfach nochmal ein paar mehr Gedanken gemacht, einfach was Gesundheit ist. Und für ein besseres Verständnis hilft ein Blick auf das Salotogenesemodell. Und demnach befinden wir uns ständig auf einem Gesundheitskrankheitskontinuum. Also immer einem Zustand zwischen Gesundheit und Krankheit. Also wir sind nicht entweder gesund oder krank, sondern irgendwie immer ein Zustand dazwischen. Mal mehr in Richtung Gesundheit, mal mehr in Richtung Krankheit. Und unentwegt ändern wir diese Position da drauf. Und wo wir uns gerade überfinden, hängt von biologischen, psychologischen, sozialen und ökologischen Faktoren ab, die auf uns einwirken. Deine Gesundheit ist also von biologischen Faktoren, deinem Körper, psychologischen Faktoren, wie dein Geist, aber auch von sozialen Faktoren, der Familie, Freunde, Beziehungen, aber auch von ökologischen, also der Umwelt um dich herum, abhängig. Und inwiefern diese einzelnen Faktoren auf dich einwirken, kann durch Schutz- und Risikofaktoren vermindert und verstärkt werden. Wir sind nun mal alle individuell. Wir sind alle Menschen. Und der eine kann sein ganzes Leben lang rauchen und bekommt nie Lungenkrebs, Erkrankung, hat dadurch keine Schwierigkeiten. Zumindest fällt es erstmal nicht auf. Und jemand anderes, da reichen schon Szenarien, bis er dann daran stirbt. Und wichtig ist dabei vor allem, dass diese Faktoren unserem Einfluss unterliegen. Nicht alle, aber viele. Wir sind also nicht ausgeliefert. Du bist dem nicht einfach ausgeliefert. Du kannst ganz klar etwas dagegen tun. Und selbstverständlich gibt es jetzt unzählige Faktoren, die auf dich, die auf uns einwirken, die ich nie alle aufzählen könnte. Aber damit du einfach mal so eine Idee dafür bekommst, worum es so geht. Und fangen wir mal mit den Schutzfaktoren an. Überraschung, gesunde Ernährung zum Beispiel. Klar, regelmäßig Sport, Bewegung haben. Aber auch Sachen wie einfach eine positive Selbstwahrnehmung, was man selbst so von sich denkt und wie man von sich denkt. Dann emotionale Unterstützung von anderen. Aber auch sowas wie eine überdurchschnittliche Intelligenz. Und ja, klar, die Genetik macht auch einen großen Faktor aus. Also man kann nicht alles beeinflussen, aber ganz klar eine ganze Menge. Und ähnlich sieht es auch mit den Risikofaktoren aus. Auch wieder keine Überraschung. Rauchen, ein riesengroßer Punkt. Übergewicht, Bewegungsmangel, eine ungesunde Ernährung. Aber auch sowas wie ein niedriges Bildungsniveau der Eltern. Es sollte also immer das Ziel sein, Schutzfaktoren möglichst aufzubauen und Risikofaktoren zu reduzieren. Und das weiß eigentlich jeder. Das macht jeder. Klar, jeder weiß irgendwie. Oh, Rauchen ist eher nicht so gut. Sollte ich möglichst lassen und wenn möglichst reduzieren. Mehr Sport machen. Mehr Bewegung. Schutzfaktor aufbauen. Und dafür andere Risikofaktoren reduzieren. Wichtig dabei ist auch wieder, dass es viele verschiedene Faktoren gibt. Aber es geht um die Gesamtwirkung von allen. Einige Faktoren, bei denen ist die Auswirkung natürlich deutlich größer. Wie zum Beispiel Rauchen. Wer exzessiv raucht, dem wird es schwerfallen, das irgendwie auszugleichen. Aber die Gesamtheit macht das. Und darum sollte man auch viele verschiedene andere Faktoren berücksichtigen. Jetzt wird es interessant. Denn im Hinblick auf diese Betrachtungsweise, dass es also ganz viele verschiedene Faktoren gibt, die auf dich anregen. Also diese biologischen, psychologischen, sozialen und ökologischen Faktoren. Es ist auf einmal nicht mehr so leicht zu sagen, was ist denn nun gesund, was nicht. Wenn du jede Nacht Albträume davon bekommst, dass du am Morgen irgendwie einen grünen Smoothie dir eintrichtern sollst. Ja, dann kann ich irgendwie nur schwer argumentieren, dass es wirklich gesund für dich ist. Oder wenn dein ganzes komplettes soziales Umfeld zerbricht, weil du sagst, ab jetzt ernährst du dich rein pflanzlich. Ja, das heißt aber umgekehrt aber auch nicht, dass du jetzt kiloweise Schokolade dir reinziehen sollst. Simon hat gesagt, das ist gesund. Schließlich macht mich das glücklich und ist irgendwie gut für meine Seele. Äh, sorry, nein. Und mir geht es darum, dir einfach zu zeigen, dass es viele verschiedene Faktoren gibt. Wie so oft im Leben gibt es einfach kein Schwarz oder Weiß. Es kommt immer darauf an und ja, die Betrachtungsweise macht einen Unterschied. Von dieser Vorstellung heraus wird auch hoffentlich klar, dass Gesundheit einfach die Basis für alles ist. Gesundheit ist die Grundlage für sportliche Leistung, für kognitive Leistung, für Wohlbefinden, Glück, Spiritualität. Für ganz viele verschiedene Themen. Das ist einfach die Grundlage für dich. Und das heißt auch wieder andersrum nicht, dass du, wenn du ungesund bist, nicht glücklich werden kannst. Aber je mehr du dich auf diesem Gesundheitskrankheitskontinuum in Richtung Gesundheits bewegt, desto leichter wird es dir erfallen. Okay, was fängst du jetzt mit dem Ganzen an? Was nimmst du von dieser Episode mit? Als erstes, du hast die Macht. Du kannst wählen. Jeden Tag, jeden Moment aufs Neue kannst du entscheiden, was du tust. Du kannst etwas ändern. Und zwar auch an deiner eigenen Gesundheit. Es gibt extrem viele Faktoren, die erst Stellschrauben, die du ändern kannst. Nutze sie bitte für eine bessere Lebensqualität, für dich, für deine Mitmenschen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Vielen Dank an dieser Stelle für die ganzen Rezessionen bei iTunes. Und für alle, die noch nicht bewertet haben den Podcast, würde ich mich sehr darüber freuen. Es geht wirklich ganz schnell und bringt mich unglaublich weiter. Ansonsten bin ich sehr dankbar für Feedback, was ihr mir über Facebook und auch Instagram einfach unter Simon Mac Schubert einfach schreiben könnt. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.